Wir sind ja heute bei mir zuhause und wir starten die DJI Phantom. Standard 3 bzw. die 3 Standard, RichardTang11 ist auch mit am Start und wir haben hier noch leichte Startschwierigkeiten aber ich glaube wir haben das hier gleich. Wir haben die Software jetzt runtergeladen, das Update und er zieht es jetzt 4% auf die Drohne und wir sind bei sage und schreibe 4% stehen geblieben. Also wenn wir Glück haben, ist es fertig, bevor es dunkelt. 20! Boah! Ich wollte gerade sagen, wenn wir Glück haben, ist es vorbei und es ist dunkel und der Akku leer. Wir haben hier noch kleine technische Schwierigkeiten, aber ich glaube, das können wir heute noch beheben. Das liegt vielleicht an der Internetanbindung. Das ist ziemlich teuer und hochwertig, also ich denke nicht, dass das scheiße ist. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Was machst du da? Kalibrieren. Okay, wir müssen das noch kalibrieren, also ein paar Mal im Kreis drehen anscheinend. Ja, ich hoffe, das wird heute noch was, denn wie man vielleicht sehen kann im Hintergrund, die Sonne geht unter und wir haben gleich kein Licht mehr. Von daher müssen wir uns mal beeilen. Womit bewegt sich denn jetzt eigentlich die Kamera? Die Kamera, da habe ich hier so ein Nupsi, da kann ich die Ausrichtung halt so, ob die halt so oder so nach unten noch oder nach vorne finden soll. Mit dem Ding selber. Ja, und hier kann ich halt so das Ding so drehen um sich selber und das sind halt vorne, hinten, links, rechts und hier Schub und Motor aus. 43. 43%? 44. Okay. Wir müssen vielleicht noch dazu sagen, dass das jetzt die Drohne, wann ist die angekommen? Gestern? Gestern. Dass das jetzt das erste Mal ist, also erwartet nicht so viel. Das Einzige, was wir erwarten können, ist, dass Baum trifft Drohne. So, also wir haben es langsam dann auch hinbekommen mit der DJI Phantom 3 Standard und ich bin jetzt gerade beim Schnitt und ja, dieser Teil, den klatsche ich einfach mitten ins Video. Und wir kommen mit rein, um anzukündigen, ja, dass wir es hingekriegt haben und hier nach folgt auf jeden Fall unser Ergebnis und das, was so bei rausgekommen ist. Viel Spaß. Also ich finde das echt geil, wie genial das Teil funktioniert, ey. Ist echt so. Das ist voll. Also wir sind jetzt übrigens auf 51 Meter Höhe. 51 Meter Höhe. 51. Das können wir auch noch weiter an. Alter, ich sehe es nicht mehr. 70, 72, 78. Alter. Ich gehe auf 100, ich gehe auf 100, okay? Alter, mach keinen Charme. Das Ding ist total safe. Hier, 100. Alter, das ist über uns, oder? Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020